Was ist ein Dünndarm-Fallotrug? Ein Dünndarm-Fallotrug ist ein diagnostisches Verfahren, bei dem medizinisches Fachpersonal Röntgenaufnahmen des Dünndarms oder Dünndarms eines Patienten macht. Dies geschieht normalerweise, um die Ursache für bestimmte Magendarmprobleme zu ermitteln. In der Regel wird einem Patienten empfohlen, vor diesem Eingriff nicht zu essen oder zu trinken, und ihm wird normalerweise ein Kontrastmittel vor der Hand gegeben. Dann werden in bestimmten Zeitabständen Röntgenstrahlen des Dünndarms aufgenommen, während das Barium den Dünndarm passiert. Dieser Test kann bis zu mehreren Stunden dauern, je nachdem, wie schnell das Barium durch den Darm wandert. Ein Dünndarm-Fallotrug, manchmal auch als Dünndarmserie bezeichnet, ist ein diagnostisches Verfahren, bei dem Ärzte beobachten, wie ein Kontrastmittel den Dünndarm passiert. Dies erfolgt typischerweise mit Hilfe von Röntgenstrahlen. Bestimmte gastrointestinale Probleme wie Darmblockaden und Tumore im Dünndarm können mit Hilfe dieses Verfahrens häufig diagnostiziert werden. In der Nacht vor dem Darmdurchgang dürfen die Patienten normalerweise nichts essen oder trinken. Einige Ärzte verbieten sogar das Kauen von Kaugummi am Tag des Verfahrens, da das Vorhandensein von Dingen im Darm zu verzerrten Bildern führen kann. Patienten, die täglich Pillen einnehmen müssen, können dies jedoch meist mit etwas Wasser schlucken. Vor einem Dünndarm-Fallotrug wird ein Patient normalerweise gebeten, ein Krankenhauskleid oder einen bequemen Trainingsanzug ohne Metall zu tragen. In der Regel wird dann eine Voruntersuchung des Darms durchgeführt. Dieses Röntgenbild gibt medizinischen Experten etwas, mit dem die folgenden Röntgenbilder verglichen werden können. Der Patient muss dann auch eine Barium-Sulfat-Suspension trinken. Diese milchig-weiße Flüssigkeit ist eine in Wasser gelöste Metallverbindung. Da es Schwermetallpartikel enthält, ist es in Röntgenstrahlen sehr gut sichtbar. Ein Patient fängt an, diese Suspension ungefähr eine oder zwei Stunden vor dem Eingriff einzunehmen. Nachdem die Barium-Sulfat-Suspension verschluckt wurde, beginnt ein Röntgentechniker, Röntgenaufnahmen des Dünndarms des Patienten zu machen. In der Regel werden mehrere Röntgenaufnahmen gemacht, die oft mehrere Minuten voneinander entfernt sind. Dieser Test kann zwischen zwei Stunden und mehreren Stunden dauern, und die Testdauer wird durch die Geschwindigkeit bestimmt, die das Barium durch den Darm einer Person durchläuft. Nach einer Dünndarmuntersuchung kann der Patient essen. Da Verstopfung eine der häufigsten Nebenwirkungen von Barium-Sulfat ist, werden die Patienten in der Regel auch aufgefordert, mehrere Gläser Wasser zu trinken. Ein Arzt wird in der Regel innerhalb von ein bis zwei Tagen die Ergebnisse eines Dünndarm-Phalotrugs erhalten.